Hallo meine Lieben, was sind Zeichen aus der geistigen Welt? Was sind Zeichen überhaupt? Die Naturvölker, die lesen die Natur, die erkennen an den Bäumen, an den Wolken, an was auch immer, an den Vögeln, an den Tieren, erkennen sie Zeichen, wie die Natur mit ihnen spricht. Wir können uns auch damit verbinden, indem wir einfach um Zeichen bitten. Ich habe es immer wieder in meinem Leben so gemacht, dass wenn ich mir nicht ganz sicher war, wenn ich mir nicht ganz klar war, dann bat ich immer um ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Und sie kamen, sie kamen so erfrischend witzig manchmal und so klar, dass ich sie einfach nicht übersehen konnte. Also, Zeichen aus der geistigen Welt, bitte darum und du wirst sie bekommen, du wirst sie auch nicht übersehen können. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.